Hallo Freunde von Deline, ich war jetzt bei dem Hundepyziologe gewesen, ja, der hat sich mich angeguckt, jawohl, und hat das an die Beine gezieht und gedrückt und geschoben und an ober, an meine Bandscheibe hat er gezieht und geschoben, ja, und überall und so und hat dann gesagt, oh, 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 da müssen wir machen eine Verskennung und, 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 und nix wie so gedönt. Aber das hat gar nicht wehgetan, nee, der hat das nur so gestreichelt umgemacht, ja, hat nicht wehgetan, und ich soll dann so, ähm, krankes Gymnastik machen, ja, krankes Gymnastik mache ich dann, und, und ich hab schon wieder zwei Termine für die nächste Woche, ja, und krieg eine Bandage gemacht für mein Bein, da muss ich dann Amon dazu, mein Mann, der muss das abmessen, mein Bein, und da krieg ich eine Bandage, damit ich besser laufe. Ja, und der Mann hat gesagt, der Physiologe, also, er glaubt nicht, dass man mich operatiere, nee, das geht dann alles so. Also, ich hab das Leckerli, das ich ihm zuerst wieder vor die Füße gespuckt hab, weil ich nicht bestechlich bin, dann doch geholt, weil der war eigentlich ganz nett, und hat mir gar nicht gepikst, nee, hat überhaupt nicht gepikst, und so, ne, deshalb, wenn ich die nächste Woche hingehe, hol ich das Leckerli gleich, ja, oh, okay, und ich wünsch euch noch einen wunderschönen Tag, bis dann, tschüss, euer Merlin.